Na dann, herzlich willkommen zurück. Tja, das werden wir tun. Und der eine Spartan ist entwischt, wie soll ich sagen, er ist verschwunden. Haben wir in der Episodenfolge gesehen. Ich finde es eigentlich cool, das Ganze mit so fünf Folgen, dann Cut ziehen. Okay, ich weiß es eben, oh, da ist was rot. Oh nein, Prometheana, ha, 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 ha. Roland, krieg dich ein. So sagen sie das doch immer, oder? Ich regel das hier schon. Schau doch einfach mal, ob Captain Lasky deine Hilfe braucht. Ich kann eine Million Dinge gleichzeitig machen, in Kameration mit Captain Lasky flirten mit... Ach du Scheiße. Okay, das ist ja nicht gerade gut. Ich muss die Fliegenden erwischen. Ich könnte ruhig ein bisschen schneller nachladen und so. Das wäre gar nicht mal so verkehrt. Oh, der schickt die Granaten wieder zurück, ne? Das machen die immer so. Ja, er braucht, ja. Das machen sie gut, die Beilen uns jetzt hier mal ein bisschen. Ansonsten sind wieder noch ne... ...gefühlte Ewigkeit dran. Okay. Gut, zwei noch und dann haben wir es. Ah, ich sehe auf dem Radar schon wieder neue Feinde. Fuck. Schalten Sie die letzten Prometean-Auskursen. What? Wie bin ich gestorben? Ich hatte doch noch viele Lebenspunkte. Scharfschüsse vielleicht? Gehen wir mal her. Ui, ui, ui. Ah, das Maul. Ja, ja. Die Spannung ist gerade nicht so vorhanden hier. Die greifen nicht mal richtig an. Es lag wahrscheinlich mehr an der Position, an der ich war. Ah, fuck. Definitiv. Und je nach Munition. Schrotflinte? Brauch ich nicht. Mit dem Scharfschützengeheim ist er zufrieden. Kommt, die kleinen Kröten. Ich will die mal fertig machen. Danke sehr. Spartan Miller, Infinity Forschung. Wer ist Ihr Experte für Hyperraumleitungen? Ich bin Spartan, Dr. Boyd. Wir sind in der Dschungelanlage. Crimson untersucht gerade Ihre Energiefluktuation. Was können wir für Sie tun? Ah, großartig. Unsere Messgeräte sind alle offline. Und wir können sie per Fernsteuerung nicht aktivieren. Dr. Boyd, schicken Sie uns die Koordinaten Ihrer Geräte und Crimson fährt sie hoch. Da haben wir es. Dachte ich mir schon. Dass ich hier wieder raus darf. Yay. Dass ich wieder eine gebaute Ladung Freunde finde. Ich will es eigentlich aktivieren und nicht. Danke. Geht doch. Spring runter. Glaube ich. Halt euch alle. Jawohl. So. Perfekt. Also. Das letzte Teil noch. Und dann will ich wissen, was hier vor sich geht. Okay. Das sehen wir alle. So sieht es aus, ja. Sie verarbeiten gerade eine ungeheure Datenmenge, die es uns erlauben könnte, dieses Hyper-Rom-Wettzwerg zu nutzen. Commander Paula hat recht. Es ist nie einfach. All gut, Crimson. Nehmen Sie auf die Spielsachen der Forscher. Ich hab's vor. Nein. Nein, 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 nein. Das lassen wir mal schön sein. Gut. Nein, nein. Oh, 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 oh. Okay, warten Sie einen Moment. Ich muss ein paar Verbindungsprobleme beseitigen. Bitte, beeilen Sie sich, Doktor. Na, die Ausrüstung funktioniert wieder. Sollte nur ein paar Minuten dauern. Kein Problem. Ich hab Zeit. Wir haben hier Spaß. Haben wir es jetzt. Ich hab wieder viel Munition. Hooray. Hooray, hooray. Jetzt hab ich aber ganz, ganz schlecht gezielt. Ich stirbe einfach. Dr. Beuth, wie sieht's aus? Sind Sie schon fertig? Gute Wissenschaft ist gründlich, nicht schnell. Ich schlage vor, Sie sind heute mal beides, Doktor. Das schlage ich auch vor. Nur so zu abwechselnd. Oh, shit. Super. Und jetzt ist er tot. Jetzt ist er wahrscheinlich selber gekillt mit der Schrutflinte, die dann abgebrallt ist. Ich kann's mir genau vorstellen. Oh. Okay, irgendwo haben wir hier doch noch. Genau. Ein paar Raketen. Ein bisschen. Komm. Ja, Gott. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das klingt nicht gerade gut. Die Daten hier sind entweder absolut falsch oder wir haben gerade eine neue Ebene der Hyperraum-Mathematik entdeckt. Was denn, nun, Dr. Beuth? Halten Sie die Welt nur noch ein bisschen länger am Laufen, dann kann ich es Ihnen sagen. Ich bin dran. Aber die sind bald kaputt. Ups. Da trage ich bald noch ein Teil dazu bei. Na, heilige Scheiße. Was war das jetzt wieder? Samperloat. So. Noch mehr Feinde. Ich glaub's ja kaum. Ja, was zum Teufel will ich machen? Was will ich machen? Tja, da geht mein Nobelpreis dahin. Dr. Beuth. Leider keine große Entdeckung. Einer der Sensoren war auf 0,5% zu hohem Gravitationsdruck eingestellt. Tut mir leid, Doktor, aber so langsam habe ich echt genug. Einen Moment. Dr. Ruiz verlangt nach mir. Äh, ich melde mich. Muss ich die jetzt noch verteidigen, oder nicht? Als sie falsch eingestellt sind, hat sich das ja erledigt. Was ich nicht verstehe, ist, warum die Formierteaner auf die Sensoren ballern, wenn die so oder so falsch eingestellt sind. Die können ja da gar nicht groß verhindern. Das macht ja keinen Sinn. Ich meine, was wollen sie an Forschung verhindern? Sie wissen ja, dass das nicht... Na ja, gut, vielleicht wissen sie es auch nicht. Da kommt mir trotzdem Spanisch vor, wie man so schön sagt. Aber halt den Latz. Halt den Latz und geht drauf. Danke sehr. Sehr gute Arbeitspartners. Boah, nochmal. Wie mit diesem verdammten Raketenwerfer. Ich fühle mich gerade dezent unwohl in der Rolle hier. Es werden einfach, wie schon bei den anderen, einfach Wellen nach Wellen geschickt. Wo ich nicht viel machen kann. Ich bin halt einfach Solo hier. Okay, eins gut. Ich betonisiere mich hier mal erfolgreich. Holy shit. Jetzt übertreiben sie es aber. Ganz ehrlich. Komm, komm du näher. Komm du näher. Da wird nicht wiederbelebt. Da wird nicht getötet. So. Wird nicht wiederbelebt. Ich will jetzt hier mal durch. Sagen sie mal, dass ich habe, ich faxen dicke hier. Und es ist ein Raketenwerfer. So habe ich nicht schon genug von den Arschgeigen getötet habe und töten musste. Hat er noch einen Raketenwerfer. Ich will das Sniper-Gewehr. Das kriege ich nicht. Schade. Und hier habe ich nur noch ein Schaerschützengewehr, das ich nehmen kann und sie aus der Distanz töten darf. Jawohl. Alleluia. Das gibt's nicht Das, nein, das gibt's einfach nicht Es können nicht nochmal Feinde auftauchen Das ist nicht, das ist nicht mehr schön Das ist einfach nicht mehr schön Ein bisschen mehr Das ist ein Witz, oder? Das ist ein verdammter Witz gerade Das ist nicht mehr Halt den Schnabel, haltet alle den Schnabel! Von wo kommt der jetzt wieder mit dem Raketenwerfer? Ich hab den vorhin getötet. Nur Dezent am Übertreiben hier. Keine Chance. Komm, zeig dich nochmal Arschloch. Ich hab's nämlich, ich hab so keine Lust mehr. Was hier alles anmarschiert. Halt die Fresse und still! Bleib liegen! Haben wir's jetzt dann? Nein, es kommen nochmal! Muss ich den Scheiß hier einfach aktivieren und dann haben wir's, oder was? Was? Es ist zu viel. Es ist einfach zu viel. Da, da geht total die Lust baden. Ich versteh ja schon, das Sparknobs ist zu viert, ne? Das Spiel wird normalerweise zu viert. Aber! Dass jetzt, wenn du nur mit zwei oder drei Spielern reingehst in das Spiel, dass er das dann nicht angleicht, ist ein törichter Scheißfehler von den Herstellern. An diesem Punkt krieg ich mich gerade total aus. Was ist, wenn ich keine Freunde habe? Was ist, wenn ich keine Freunde habe? Was ist, wenn ich keine Freunde habe? Ich habe keine Freunde. In Sionfach. Ja, ich habe keine Freunde in der Hand. So, wenn du jetzt nicht der Letzte bist, dann kriege ich einen Anfall. Natürlich. Wenn ich jetzt hier nochmal Feinde treffe, dann blase ich dem so heftig den Arsch weg, dass er nicht mehr weiß, welcher Spezies er angehört. Ganz ehrlich. Känt dann. Untertitelung des ZDF, 2020